Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 19. Mai Herr, ich warte auf dein Heil. Psalm 119, Vers 166 Debatte im Parlament Ein Redner sagt scharfe Sachen, da ertönt ein Zwischenruf. Der Redner stutzt und wird verwirrt. So etwas kommt in allen Demokratien vor, aber was hier in unserem Psalm geschieht, das ist einzigartig. Da macht nämlich der Psalmdichter selbst einen Zwischenruf in seine eigene Rede hinein. Das muss man sich näher ansehen. Der Dichter des Psalmes lobt das Gesetz Gottes. Er war offenbar ein Mann, der das Gute tun wollte. Wer möchte das wohl nicht? Aber wer weiß denn, was das Gute ist? Hier herrscht eine große Verwirrung. Zum Beispiel, Töten gilt allgemein als böse, aber wir haben eine Zeit in Deutschland erlebt, wo man tötete und erklärte, es ist meine Pflicht. Oder, Ehebruch ist doch wohl böse, aber mir sagte ein Mädchen, Liebe ist eine Himmelsmacht und was vom Himmel kommt, ist gut. Ist Lügen gut? Nein, aber man belügt Sterbende und Kinder und meint es gut. Welche Verwirrung? Da hat der Psalmsänger das Gesetz Gottes entdeckt. Ganz glücklich ist er nun, dass einer da ist, der deutlich sagt, was gut und böse ist. Und zwar einer, der ein Recht hat, gut und böse zu bestimmen. Gott! So rühmt er, ich liebe dein Gebot über Gold. Aber auf einmal entdeckt er, ich bin ja ein Übertreter des Gottesgesetzes und da macht einen Zwischenruf. Herr, ich warte auf dein Heil. Er sieht im Geist den gekreuzigten Gottessohn, der Sünder zu Gottes Kindern macht. Herr, wir danken dir für dein klares Gesetz, aber mehr noch für deine herrliche Gnade. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. Amen. 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 Amen.